klar wir könnten auch mit unserem moped hinfahren wir haben ja auch die den wagen aber irgendwie muss ich das in den wagen einfach nur so reinschmeißen und hoffen dass es drin bleibt ist doch kacke wir versuchen nächstes mal aber nächstes jahr ist schon wieder august hier 263 likes viel lieben dank so verkaufen wir was kaufen wir eine kleine menge samen auch wenn es nicht anfassen können haben wir schon mal wenn ich schade dass du da nicht irgendwie samen rausbekommt nein nicht ich mal pause machen wenn man was anderes macht ist da geht die zeit die gesessen so mein liebes fahrt die ist wieder zurück fahrt hier hat hier karotten und auch ein paar ein bisschen davon weiße rüben haben auch zwei und jetzt 1064 ich liebe es zwei nicht zu viel ausgeben hier 2 2 2 da brauchen wir nichts von hier wird es auch nicht eben pilze kartoffeln wolle über 1700 haben wir nächsten tagen wenn wir geerntet haben wir wieder her was verticken nee noch mal ein kick schnappen hier noch mal ist schon projahre Baga Mio Also machen wir das Rechner Also machen wir das Rechner Okay Gut Wir gehen wieder zu Fuß Hallo erstmal Bierwerbung am Anfang So muss das Was war es denn für Bierwerbung Das ist ja viel wichtiger Ich glaube die Zeit Ist einfacher Wenn wir zu Fuß gehen Als wenn wir uns hinspornen Das sollten wir auch definitiv machen Dann haben wir einfach mehr Zeit für alles Spatzer Abend Wie war es noch Ich kann ja auch den Namen nennen Ich weiß ihn tatsächlich noch Dein Name Ja Meine Nichte hat heute Taufe Sehr gut Emanuel Ja weil Nichte hat heute Taufe Daumen Ein Hemd Er hatte vorhin auch noch einen Sakko an Aber das muss ja nicht sein Aber mein Plan war so eigentlich ein Hemd anzuziehen Beim Streamen Ein schwarzes Aber die ich mir bestellt habe Die haben nicht gepasst Die waren schon XXL Aber Ich gehe mal davon aus Dass sie slim waren Also slim fit Und du machst jetzt wieder regelmäßig Du willst jetzt wieder regelmäßiger streamen Das war es ja jetzt die letzten Tage auch so ein bisschen Slim 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 fit Nicht schlimm Slim Achso Was ist slim fit Ist hautbetont Körperbetont So Nicht hautbetont Körperbetonte Kleidung Stücke Ja Habe ich vor Nur leider habe ich kaum Zuschauer Ja das Kommt von alleine Das Kommt von alleine Ich hatte Wann waren das Vor Drei Wochen Oder so Bis vor drei Wochen Hatte ich immer so um Hatte ich immer über zehn Zuschauer gehabt War immer so um die Zwölf bis vierzehn Zuschauer gewesen Jeden Abend Und dann war irgendwann wieder unter zehn Ist Sinn halt so Aber ja Ja ich kann mich schon verstehen Natürlich macht das Streamen mehr Spaß Wenn man Zuschauer hat Wenn auch geschrieben wird Ab und zu mal Ist schon anders dann logisch Kann ich schon nachvollziehen Das ist ja so das Problem Was denn Bei dem das Bei vielen Schlägt das immer so auf den Magen Und nimmt die Motivation Äh Die wollen ja nicht weiter streamen Weil Haben ja eh keine Zuschauer Naja Man muss halt auch mal überlegen Wie viele Leute mittlerweile streamen Es gibt so unglaublich viele Streamer Ja Ja Lade Ähm Ja Das ist halt das Problem Ja schade Man Macht sich ja auch so viel Mühe Und es ist immer schön Wenn man sich unterhalten kann Absolut Ja Absolut Naja Man muss halt einfach machen Die kommen dann irgendwann Nö Ja Wenn ich Ich sag mal Wenn man so drei vier Jahre Immer vielleicht streamen Und gar keiner kommt Dann sollte man vielleicht überlegen Was macht man falsch Die Leute sagen es einem nicht Was man falsch macht Wenn die reinkommen Die sagen eigentlich Das ist doof Das ist doof Das ist doof Die kommen dann halt einfach Nicht mehr wieder Und das ist doof Ist schon schöner Wenn sie einem mitteilen Was Was halt nicht passt Im Stream Ne Können wir hier wieder Was reinknallen Ja Ja Der Vati Ist doch da Boah Kinder Aber ich spiele ja auch nicht so A-A-A-A-A-A-Titel So wie Zelda Ja gut Das mache ich ja jetzt auch nicht Wie heißt das Spiel Wodka 96 Farmers Live Simulator Heißt das Spiel Farmers Live Aber sollte man auch definitiv nicht mit anfangen Wenn man halt Gibt viele Die sind der Meinung Okay wenn ich das und das Hinspiele Kriege ich auch viele Zuschauer Sollte man definitiv nicht mit anfangen Sehr gerne Wodka Sehr 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 gerne Ist auf jeden Fall Sehr zu empfehlen Das Spiel Du und deine Simulatoren Hier Ja ob das jetzt Ja es ist schon eine Simulation Ne Aber Ja Manchmal finde ich Passt das Wort Simulation Und nicht dazu Auch für die Konsole Uh das kann ich glaube ich Das kann ich ja gar nicht sagen Ob das auch für die Konsole gibt Das kann ich ja leider nicht sagen Packen wir hier erstmal rein Können wir ja Dieses Jahr eh nicht mehr einpflanzen Wird ja jetzt Winter Warum sehe ich Die Die anderen im Chat nicht Äh Die sind über TikTok Den ich da gerade geantwortet habe Das war über TikTok Das wäre ja schon frech Ne Wenn du das nicht lesen könntest Dann So Gut Jetzt haben wir 11.34 Wie Wie gehen wir zu Fuß Wie gehen wir zu Fuß Zum Bürgermeister Aber Äh Ich brauche noch einen Weg Keks Hm Ich bin auch eher der Typ Der gerne mit anderen Zuschauern Zusammenspielt Ich spiele ja auch Äh Gerne mal Mit welchen zusammen Ne Freitag zum Beispiel Also zweimal die Woche Spielen wir eigentlich immer Mit welchen zusammen Oder ich Aber jeden Tag könnte ich es nicht Jeden Tag nicht Ach so Hier war ja nur noch das drin Okay Also Ja Jeden Tag Ist nicht böse gemeint Den anderen gegenüber Ne Ich liebe die alle Äh Aber du musst Die Spiele Dafür haben Ich könnte jetzt auch nicht Drei Wochen lang Jeden Tag Arg Zocken Beispielsweise Ich will nicht sagen Zusehen Aber Ich hab da halt keinen Bock Darauf jeden Tag Das gleiche Guck mal Der Hendrik Will schon wieder Auf die Mütze Na gerne Na komm her Heute hat er uns mal nicht gehauen Hau ich ihn weg Was hat er denn da Verkaufen wir doch den Behalten wir den 100er Richtig Knallpenschlägerei mit Flaschen Richtig Die klassische Knallpenschlägerei Für jeden Tag das gleiche Game Institute da Richtig Wenn jemand Minecraft gucken möchte Kann er sich gerne Alle 750 folgen Minecraft bei mir Angucken Berechtigung Okay 3000 kostet's Für bauen Das28 lock Stand Okay Du 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 Warte mal ab, warte. Hör genau hin. So was sagt er zu mir? Ist das frech? Wir müssen für keinem mehr was machen, jetzt habe ich den Keks ausgespuckt. Wir müssen für keinem mehr was tun hier. Etwas größeres bauen. Weiß jetzt nicht was damit genau gemeint ist. Schlafhaus oder generell einen großen Bauernhof? Ich weiß es nicht. Der Lümmel. Bis gleich, alles klar Manuel. Dankeschön für den Lörg. Ja gut, warte mal. Können wir... Wir gehen hier mal rum oder? Wir gehen hier mal rum. Wir gehen hier mal rum. Hm. Man kann... Diese Minen... Entschärfen. Wir gehen hier mal rum. Wir gehen hier mal rum. Alles schlecht. Ich muss aber erstmal eine finden. Finden. Hä? Wo... Sind sie. Leck mich am Arsch, Alter, wirklich. Hab ich mich erschrocken. Wieso hab ich die hier nicht gesehen? Noch auf eine treten, dann wären wir tot. Schnell raus da. Wir gehen mal kurz zur Stadt und trinken was. Müssen wir uns auch noch mal mit beschäftigen. Weil wir brauchen die ja auch für den Bauern, ne? Äh, für die Baumfäller hier, für das Sägewerk da hinten. Was tut die da? Ach, die kann man nicht töten. Aber was tut sie da? Ach, du bist so eine Süße, ne? Du bist so eine Süße. Du bist so eine Süße. Jetzt einen richtig fetten Jumpscare rein. Bist du so ins Bild reinfliegen? Bin dann mal im Lurk mit Tayo, alles klar. Dankeschön für deinen Lurk und viel Spaß dir. Was auch immer du treibst. Treib es richtig. Gut. Die hängt da einfach fest. Bleibt ja jetzt halt noch so. Schweinerei, dass ich die gerade nicht gesehen habe. Dachte, die erkennt man so gut. Das kann man nicht. Wo geht der Weg hin? Quasi hinter unserem Haus. Oh, da ist noch ein Panzer. Den hat man glaube ich noch nicht. Schade, dass man die nicht irgendwie markieren kann, ob man den schon hatte oder nicht. Oh, hier ist noch ein... Oh, hier ist noch ein... Was leiden. Ein Giftdrüb. Der sieht ein bisschen hochwertiger aus von der Farbe, ne? Vielleicht täuscht das auch nur. Oh, was? Ich kann den nicht öffnen? Oh, den kann ich nicht öffnen? Doch. Na ja, ein bisschen Kraftstoff, hier Auspuff und ein bisschen Munition. Wohin ist es ja in Ordnung. Hä? So, hier ist ein anderes Haus. Ja. Hier gibt es leider keine Beeren, ne? Ach, du bist hungrig? Nein, sag das doch. Schönes Steak und, äh... Nein, da ist zu. Ach, jetzt haben sie. Jetzt haben sie gefressen. Wieder auffüllen. Ah, okay. Hm, wie sieht das hier aus? Haben wir hier irgendwo... Ja, gut, das ist... Also hier Hüder. Äh... Hier war noch Futter, ne? Hier, die lassen wir mal raus. Ähm... Futter. Ähm... Flasche Bier, Flasche Wodka, Treibstoff... Das kommt raus. Was ist hier los? Auch leer. Vier. Er war voll. Rein da mit dir. Äh... Munition war alle, ja? Ne, da oben. Ja, rein rein. Ach. Ah, hör mal. Oh, sorry, hier. Oh, sorry, hier. Oh, ich hab mal. Haben wir hier irgendwo noch Schrott liegen? Auf dem Grundstück? Das war Schrott? Aber das hier nicht, ne? Doch. Nö. Doch, so. Hä? Füll den Eimer Mist. Ist das hier auch ein Kompos-Haufen? Wo war der? Das testen wir mal. Mistgabe, ey. Ah. 30. Okay, die ist auch nicht mehr so... ...so fresh. Tatsächlich, das ist ein großer Kompos-Haufen. Oh. 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 Das ist ein großer Kompos-Haufen. Den kann doch der, der steht hier hin. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir den wegtransportieren können oder ob wir den erst leer machen müssen. Das wäre natürlich kacke. Aber würde ja Sinn ergeben. Ach, hier kannst du das anscheinend lagern. Sieht so aus. Sieht so aus, als wenn du das da nur ablagern kannst. Okay, gut. So, hier hinten alles sauber. Ja, 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 ist gut. Warte, was will ich machen? Guck zu den Feldern mal gucken. Oh, 73 Stunden. Das wird natürlich nichts. 25 Stunden bräuchte alles, ne? Glaube ich. Eine Stunde nur noch. Dann bin ich mal gespannt, wie lange es danach dauert. Ne, mach das mal weg lieber. Äh, das ist damit eh effizienter, glaube ich. Ja. 13. Sophie, grüß dich. Guten Abend. Wie geht es, Ju? Okay. Schrott machen wir mal hier rein. Ganz okay. Und selbst? Uh, hört sich nicht so schick an. Hört sich nicht so schick an. Mir ist soweit ganz gut. Hört sich nicht. Äh, Sense. Wollen wir mal? Oh, Mensch. Ich mach's immer wieder falsch. Die hier hin. Ja, komm, die können wir mal trinken hier. Einer. Okay. Ich warte. Also. Irgendwann mal. Hier ein bisschen mitmachen. Ganz kurz gucken hier. Ah, gut. Schön. Oh, müssten gleich die Bären fertig sein zum Pflücken. Oh, müssten gleich die Bären fertig sein zum Pflücken. Boer sein. Tschüss. Vielen Dank. Gut.